Sehr geehrter Herr Möhler, Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler, Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Bilal Osman Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler, die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüß Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler Die Heizung Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert funktioniert nicht. In meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman Sehr geehrter Herr Möhler Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Die Heizung in meiner Wohnung funktioniert nicht. Ich wollte sie gestern anmachen, aber sie bleibt ganz kalt. Danach habe ich es noch mal versucht, aber ohne Erfolg. Das geht natürlich nicht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, werde ich krank. Bitte schicken Sie schnell jemanden, der die Heizung repariert. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Bilal Osman Sie